Wer ist Feuerstein? Nein, doch nicht Familie Feuerstein, Feuerstein. Und zwar mit AIH. Viele denken, und damit auch herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal, Feuerstein. Viele denken, ich habe den Namen Feuerstein falsch geschrieben und das ist mir gar nicht aufgefallen. Finde ich ein bisschen peinlich, aber gut, darum geht es nicht heute in diesem Video. Ich hieß damals Flint, was man auch hier in dieser Name History sehen kann. Und hatte auch ein paar Accounts, die Feuerstein hießen. Natürlich habe ich sie mir nicht alle selbst gekauft. Mir wurden die meisten geschenkt und ja. Außerdem hat man damals auch die Möglichkeit, Guts alt zu gewinnen. Und ich habe ziemlich viele Alt-Giveaways und sowas gewonnen, was ziemlich geil war. Ja, auf jeden Fall hatte ich dann den Account Feuerstein so genannt. Denn ich hieß davor ja Flint mit Doppel-I. Und ich hatte mich dann als Joke eines Nachts, eines Abends eher gesagt. Mit Tic Tac Toc Tac und Reheer MTS. Für euch begrüßt, falls ihr das Video hier seht. I love you all. Habe ich mich Feuerstein genannt und es war eigentlich so ein Ers-Joke. Und ja, damals war es halt so, dass es einen nicht so gejuckt hat, wie man hieß. Weil es halt irgendwie lustig war. Also auf Hive hat man immer so einen Fannamen gehabt. Siehe Steve Sorder oder was weiß ich. Stampy Cat, irgendwas. Auf jeden Fall waren das alles Fannamen. Ich hieß aber immer Based on Feuerstein. Ich hieß immer irgendwas mit Feuerstein. Und ja, das war so meine Geschichte. Ich habe da eigentlich keinen Grund für. Ich mag Feuersteine. Ich hieß Flint und Flint auf Deutsch heißt ja Feuerstein. Und Feuerstein normal geschrieben war natürlich schon vollgeben. Weshalb ich mich halt dazu entschieden habe, hat zu tun machen, mich Feuerstein mit AIH zu nennen. Was natürlich nicht richtig ist. Nochmal für die Klugscheißer unter euch. Ja, auf jeden Fall Feuerstein. Das ist mein neuer Name. Vor so zweieinhalb Jahren war der noch relativ neu. Natürlich heiße ich jetzt schon sehr lange so. Und alle auf den verschiedenen Minecraft-Szenen kennen mich auch so. Ich spiele ja schon sehr lange Minecraft. Und ja, seitdem heiße ich auch eigentlich Flint und Feuerstein. Es gibt viele Videos über mich. Es gibt viele Themen über mich. Viele Leute, die mal mit mir aufgenommen haben. Ich hielt mich aber relativ privat und habe immer mit mir selbst aufgenommen irgendwie. Also ich finde es irgendwie gechillter, alleine aufzunehmen. Ich werde aber demnächst wieder was mit YouTubern bringen. Weil es natürlich auch nice ist. Den haben wir weggestompt. Übrigens spielen wir hier gerade mit dem Missus den A40 Car Pack. Das gefällt mir sehr. Und das ist nice, ne? Also wer auch dafür ist, der soll ich es einfach mal holen. Ei, da benutzt er sein Schwert. Nett, nett von dir. Aber ich habe ihn. Och. Und ja, das war die Geschichte hinter meinem Namen. Ich möchte nochmal ein Wort zu meinem Stream sagen. Ich habe auch so vor, als hätte ich den Kanal letztes erst gemacht. Ich hatte ja davor einen 3.000 Abonnenten-Channel. Den kennt ihr sicher. Wenn nicht, dann hier ist er eingeblendet. Auf jeden Fall hatte ich da Cores und so weitergebracht. Ich war ja sehr, sehr bekannt in der Cores. Genau, da bin ich ja immer noch. Aber ich bringe halt keinen Cores mehr und spiele auch keinen Cores mehr. Generell kommen wir seit drei Monaten nicht mehr angefasst. Und nochmal Danke an alle Donations. Das hier nehme ich gerade nach dem Mittags-Stream auf. Vorm Samstag. Falls ihr euch erinnert, fühlt euch gegrüßt. Vor allem die Donators. Äh, Donators, Donator, was weiß ich. Die Spender. Ist einfach total korrekt von euch. Und ich freue mich halt über jede Donation, über jede Nachricht. Einfach über alles. Und ist einfach heftig, wie ihr mich supportet. Und damit würde ich sagen, easy. Ich würde sagen, sehens für nichts mehr. Haut rein. Stein-Family am Start. Und bald haben wir auch die 2K. Einfach ein riesiges Dankeschön. Lieber euch alle.